hallo liebe david fitness und halle 46 mitglieder wir haben etwas neues für euch und zwar dieses sensationelle david polo wie könnt ihr euch das sichern ganz einfach wenn ihr einen bekannten verwandten oder ein freund zum training mitbringt oder er aufgrund eurer empfehlung ein termin für ein probetraining vereinbart und jetzt mal angenommen wird direkt mitglied dann bekommt ihr als dankeschön dieses sensationelle david polo shirt das neu geworbene mitglied soll natürlich auch was davon haben es bekommt einen nachlass auf das startpaket sowie die aktuellen aktionspreise also sichert euch dieses sensationelle shirt und dann sehen wir uns in der halle 46 oder david fitness macht's gut und bis bald